Text entsteht in InDesign, indem ihr mit dem Textwerkzeug einen Rahmen aufzieht und dann Text hineinschreibt. InDesign hilft euch dabei, indem es euch erlaubt, Platzhaltertext in einen solchen Textrahmen einzufügen. Dazu gibt es die Funktion Type Fill with Placeholder Text mit Platzhaltertext füllen. Was macht InDesign? Es füllt diesen Rahmen komplett mit einem Text. Er hat sowas wie Wörter und es gibt eine Zeichensetzung, also Interpunktion. Es gibt Absätze, Großbuchstaben am Satzanfang und so weiter. Das heißt, man kann sich ganz gut vorstellen, wie echter Text in diesem Rahmen aussehen würde. Ich bin gerade in dem Text drin. Man sieht da unten den Cursor blinken. STRG A. Ich wähle den ganzen Text aus und mache ihn mal größer. Ich habe hier oben meine Textpalette jetzt. Nochmal zur Erinnerung, diese Palette hier oben zeigt Optionen für das jeweils aktive Werkzeug. In diesem Fall habe ich das Textwerkzeug aktiv. Und ich habe in dieser Palette da oben zwei Darstellungsmöglichkeiten. Die eine betrifft die Zeichen, also die Schriftzeichen. Und die andere Variante, die ich auch anklicken kann, die betrifft die Art und Weise, wie der Absatz gesetzt wird. Was das genau ist, dazu kommen wir später. Jetzt im Moment interessiert uns aber vor allen Dingen die Schrift. Ich möchte gerne die Schriftgröße erhöhen und zwar auf 36 Punkt. Das ist mir gerade viel zu klein. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Wenn ich die Command- oder Steuerungstaste drücke, dann habe ich mein Pfeilwerkzeug temporär. Ich kann also irgendwo hinklicken, dann ist das Ganze abgewählt. Wir kommen zu der Mechanik eines Textrahmens. Wir haben einen Rahmen und wir haben Schrift in dem Rahmen. Wenn ich das schwarze Pfeilwerkzeug nehme, dann kann ich diesen Textrahmen auswählen und den Textrahmen kann ich dann vergrößern. Irgendwo passend hinschieben, wo ich ihn gerne haben möchte. Ich kann ihn auch größer machen oder schmaler. Je nachdem, wie das mein Layout erfordert. Ich kann auch an diesen Eckpunkten ziehen. Ob das dann proportional ist oder nicht, ist egal. Die Schrift da drin verändert sich nicht. Der Text hat sozusagen eine eigene Logik und die ändert sich nicht, indem ich diesen Rahmen verziehe. Der Text an sich ist auch von der Menge her konstant. Das heißt, ich habe immer die gleiche Menge Text. Ich sehe allerdings nicht alles davon unter Umständen, wenn mein Rahmen zu klein ist. Und der Rahmen ist im Moment zu klein. Wir erinnern uns, ich habe eben einen Rahmen aufgezogen, habe ihn mit Schrift gefüllt, habe die Schrift, die sehr klein war, dann vergrößert und damit automatisch mehr Text als in den Rahmen passt. Woran sieht man das? Ich kann hier unten ein kleines rotes Kreuz sehen. Das kleine rote Kreuz weist darauf hin, dass ich zu viel Text in diesem Rahmen habe. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Ich will euch aber zuerst einen super coolen Trick zeigen, wie ihr in InDesign diesen Text trotzdem komplett sehen könnt und vor allem auch bearbeiten könnt. Ich gehe mit dem Textwerkzeug mal in den Text rein und drücke jetzt STRG-Y und bekomme den Texteditor. Ich habe also hier den Text in einer Schrift, die mit der Schrift in meinem Dokument überhaupt nichts zu tun hat. Ganz kurz zu dem Thema zu viel Text. Was ihr seht, ist eine Linie, da steht Overset, auf Deutsch Übersatz. Und diese Linie trennt jetzt den sichtbaren Textteil, den ich hier links habe. Da seht ihr, das geht bis Volupta und dann beginnt sozusagen der Teil, den ich jetzt nicht sehe. Es ist also eine hervorragende Möglichkeit zu sehen, welchen Text wir eigentlich haben, mit welchem Text wir es eigentlich zu tun haben. Wir können diesen Text jetzt auch bearbeiten und entsprechend auch kürzen, unter Umständen, um vielleicht dieses Problem zu lösen. Wie gesagt, dieser Texteditor wurde mit dem Befehl STRG-Y erreicht oder geöffnet. Man kann ihn auch wieder schließen. Was ihr hier seht, ist immer der Text eines Rahmens. Ich habe den Texteditor jetzt nochmal geschlossen. Ich zeige euch noch einen anderen Weg, wie ihr den öffnen könnt. Wichtig ist immer, dass ihr in einem Textrahmen mit dem Textcursor seid. Edit, Edit in Story Editor, so heißt es auf Englisch, STRG-Y. Wo stellt man jetzt ein, wie das Ding aussieht? InDesign, Preferences, Story Editor, Display. Dort könnt ihr jetzt einstellen, wie dieses Ding aussieht. Ich benutze gerne eine etwas größere Schrift. Das heißt, ich kann wenigstens im Texteditor mehr oder weniger ohne Brille arbeiten. Ich kann es immer gut sehen. Selbst wenn mein Layout-Text unglaublich klein ist, wie zum Beispiel eine Bildunterschrift. Oder auch sonst kann es passieren, dass mein Layout-Text halt sehr klein ist, weil ich zum Beispiel weit rauszoomen musste. Dann kann ich immer noch im Texteditor sehr gut und augenfreundlich den Text redigieren und gucken, ob alles stimmt. Auch auf Rechtschreibfehler überprüfen und solche Dinge. Also alles das, was wichtig ist bei einer Textredaktion, kann man gut in diesem Rahmen machen. Deswegen kann man hier jetzt auch einstellen, 18 Punkt zum Beispiel habe ich jetzt da stehen. Ich nehme immer Letter Gothic und ich nehme immer für die Textfarbe schwarz und für den Background dieses Grid Blue, Raster Blau. Es gibt ganz tolle Farben, nur als Hinweis, wir sind in einem kalifornischen Programm hier unterwegs. Also da geht alles Mögliche. Man kann also sehr gut mit den Pfeiltasten und der Shift-Taste navigieren, auswählen, löschen und editieren. Nehmen wir an, ihr habt vor, diesen Text tatsächlich ganz zu sehen oder zumindest mehr davon zu sehen. Dann wäre es sicher eine schlaue Idee, in dem Layout weitere Textrahmen vorzusehen, die diesen Text aufnehmen können. Ich nehme dazu auch wieder das Textwerkzeug und ziehe damit einfach weitere Textrahmen auf. Ich mache das jetzt mal nur nach Auge, bei Spalten. InDesign weiß jetzt noch nicht, dass ihr möchtet, dass der Text von dem linken Rahmen in diese zwei anderen Rahmen reinfließt. Wie geht das jetzt? Ich wähle das weiße Pfeilwerkzeug aus, was ihr schon vom Bildlayouten in InDesign kennt. Das weiße Pfeilwerkzeug nehmt ihr, um da unten auf dieses kleine rote Kreuz zu klicken. Manchmal müsst ihr zweimal klicken, wenn der Rahmen vorher nicht ausgewählt war nämlich. Wichtig ist, dass ihr diese kleine Miniatur seht, diesen kleinen Minitext, der aussieht wie so eine Briefmarke. Und jetzt könnt ihr einfach irgendwo in diesen Rahmen reinklicken und dann fließt der Text weiter aus dem Rahmen in den Rahmen. Also dazwischen und dazwischen gibt es jetzt keinen weiteren Text. Das ist sozusagen die direkte Fortsetzung. Hier ist natürlich wieder das gleiche Problem. Da ist wieder zu viel Text. Das heißt, hier geht es wieder irgendwo weiter. Jetzt mache ich das gleiche hier wieder. Sobald ihr die Briefmarke seht, ist alles gut. Ihr klickt einfach in den nächsten Rahmen und gut ist. Jetzt kann man sich das Ganze anzeigen lassen. Ansichtsmenü, Extras, Show Text Threads. Ihr seht hier die Textverkettung. Ihr könnt die Textverkettung auch wieder aufheben und sagen, ich möchte keine Textverkettung mehr haben oder ich möchte diesen Rahmen da rausnehmen. Wenn ich diesen Textrahmen hier rausnehmen möchte aus der Verkettung, dann lösche ich ihn einfach. Und ihr werdet sehen, dass das, was jetzt hier drin steht, dann in diesem Rahmen zu sehen ist. Weil die Textverkettung dann nicht mehr von da nach da nach da geht, sondern von da nach da. Schau mir hier das Wort an. Nezipit oder was immer das ist. Da oben. Jetzt lösche ich diesen Rahmen und dann seht ihr das gleiche Wort hier. Das heißt, die Textverkettung geht jetzt von da nach da. Nochmal zur Kontrolle. View, Extras, Show Text Threads. Man muss das vorher anklicken. Und dann sieht man diese Verkettung. Also, so geht Textverkettung. Ein wichtiger Hinweis von mir an dieser Stelle. Ich habe schon Bücher gemacht mit InDesign. Ich habe immer auf einer Seite Verkettungen gemacht, wenn es sein musste, aber nie über mehrere Seiten hinweg. Warum? Ganz einfach. Ich könnte theoretisch ja auf dieser Seite, die als nächstes kommt, auch noch Textrahmen anordnen. Und der Text könnte dann munter von einer Seite auf die nächste fließen. Aber der Nachteil ist, und das ist eine Fehlerquelle, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel Text redigiere und lösche, dann rutscht natürlich der ganze Text nach. Das heißt, irgendwo, wo dann meine Textverketterei zu Ende ist, habe ich auf einmal weniger Text, weil ich hier vorne was gelöscht habe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich unter Umständen zu Fehlern führt, weil man das nicht alles im Blick hat und meistens nur eine Seite sieht. Das ist eine Fehlerquelle und die vermeide ich, indem ich einfach Textverkettungen nur auf einer Seite mache. Und das war's. Dann muss der Text halt aufgesplittet werden und man muss ihn auf der nächsten Seite weiterschreiben. Jetzt komme ich mal zu der Schrift selber. Schrift und Absatz und Formate. Ich zoome mal dazu hier ein bisschen ran und dann gucken wir uns die Schrift mal ganz genau an. Was wir hier sehen, ist eine Serifenschrift. Es gibt auch Schrift, die keine Serifen hat, wie zum Beispiel die berühmte Areal. Nehmen wir mal die ganz normale Areal. Ihr seht, dass die also ganz anders aussieht. Ich mache das jetzt nochmal rückgängig und mache das nur in einem Teil. Die zuletzt benutzte Schrift, die wird meistens oben angezeigt. So, jetzt habe ich hier also eine Areal und eine Minion Pro nebeneinander. Wir können hier sehen, dass wir hier ein Wort haben in der Schriftart Minion Pro. Die hat 36 Punkte und daneben haben wir die Areal und die hat auch 36 Punkte. Trotzdem sind die Schriften verschieden groß. Das heißt, diese Punktgröße der Schrift ist so zu verstehen wie bei Klamotten oder bei Schuhen die Größe. Schrift wird immer in Punkt angegeben, nicht in Millimetern. Zumindest nicht, wenn es ein Programm ist, was dazu gedacht ist, mit Schrift umzugehen, wie zum Beispiel eben InDesign. Das zweite ist, die Schrift ist anders. Wir haben hier eine Serifenschrift, die sehr altertümlich ist. Sie ist auch relativ malerisch hier ausgeformt. Das Ganze dient der Lesbarkeit. Diese Schrift ist ohne Serifen. Sie ist verglichen mit dieser hier sehr geometrisch. Diese Frage, welche Schrift jetzt die richtige ist für euren Text, ist eine große Frage, denn Schriften sind ein eigenes Thema. Ihr wisst wahrscheinlich schon, dass es schlau ist, in Architektenkreisen keine Serifenschrift zu nehmen. Jedenfalls nicht, wo ich als moderne Architekten einstufe. Da nimmt man also mindestens eine serifenlose Schrift wie die Areal. Es gibt bessere Schriften, meiner Meinung nach, als die Areal. Die Areal ist unglaublich verbraucht visuell. Sie ist auch sehr alt. Also es ist auf keinen Fall eine moderne Schrift in dem Sinne. Es gibt unendlich viele neue, gute Schriften von sehr interessanten und modernen und zeitgenössischen Typografen. Das ist wie bei der Architektur auch. Da gibt es auch immer was Neues und so ist es auch bei der Schrift. Das Mindeste, was ich euch raten würde, wenn ihr die Areal nehmen müsst, dass ich die Areal Narrow nehme. Das ist hier eine eigene Schriftfamilie. Dann gehe ich hier drauf und dann seht ihr, dass die deutlich schmaler ist. Das war ein kurzer Exkurs in die Frage, welche Schriften sind eigentlich gut. Es gibt natürlich sehr viele vorinstallierte Schriften auf eurem Computer. Ihr dürft auch gerne Schriften kaufen. Im Internet gibt es ohne Ende Foundries, wo ihr Schriften kaufen könnt. Ich gebe noch ein paar Hinweise in der Beschreibung von diesem Video. Der lange Rede kurzer Sinn. Ich kann die Schrift ändern. Das war euch wahrscheinlich von vornherein klar. Wie mache ich das jetzt, dass die Schrift immer verlässlich so aussieht, wie ich sie gerne haben möchte? Dafür gibt es genau ein Feature. Das nennt sich Absatzformat. Dieses Absatzformat ist dazu gedacht, mit einem einzigen Mausklick einem ganzen Absatz, das heißt einer größeren Menge Text, einheitlich ein Schriftbild zu verpassen. Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgröße und auch den Zeilenabstand und meinetwegen auch die Farbe. Also alles, was man da oben einstellen kann, kann man mit dem Absatzformat mit einem Klick einem ganzen Stück Text zuweisen. Ihr wollt, dass euer Text einheitlich aussieht, dass in eurem gesamten Layout drei, möglicherweise vier oder zwei verschiedene Schriftbilder zu sehen sind. Vielleicht für eine Überschrift eine fette Schrift, für den Text eine nicht fette Schrift und vielleicht gibt es noch was für Bildunterschriften, also da, wo es etwas kleiner sein muss. Ich habe jetzt hier mal Überschrift geschrieben und hier gibt es einen normalen Text. Und jetzt möchte ich einfach mal zwei Absatzformate definieren, die für diese beiden verschiedenen Textteile zuständig sind und denen sozusagen einen einheitlichen Look geben sollen. Zunächst mal, was ist überhaupt ein Absatz? Es gibt dazu einen interessanten Befehl, der heißt Show in Characters, zeige mir verborgene Zeichen an. Und wenn ich da mal reinzoome, dann sehe ich das auch. Der Punkt steht immer für ein Leerzeichen und es gibt dieses Absatzzeichen. Das Absatzzeichen entsteht immer dann, wenn ihr einen Text schreibt und die Return-Taste drückt. Wenn ihr die Return-Taste drückt, dann wisst ihr, dann beginnt eine neue Zeile und damit erzeugt ihr in Wahrheit einen neuen Absatz. Ein Absatz ist also das, was zwischen zwei Absatzzeichen steht. Das Absatzformat ist eine Stilvorlage. Wenn ich nämlich jetzt meinen Textcursor da drin hätte und ich ein Absatzformat wählen würde, dann würde dieser ganze Absatz mit einem Schlag dieses Schriftbild bekommen. Wo lege ich jetzt dieses Absatzformat fest? Es gibt zum Beispiel die Palette Window Styles, Paragraph Styles, Absatzformate. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich kann also hier so eine Palette aufrufen und dann kann ich hier ein neues Absatzformat festlegen. So mache ich das in meinen Vorlesungen, weil das einfach ein bisschen anschaulicher ist. Aber hier im Film kann ich das auch anders machen. Und das mache ich jetzt so. Ich habe das Textwerkzeug aktiv. Damit habe ich hier oben meine Optionenpalette für Text. Ich kann jetzt hier schauen. Ich habe hier zwei Abteilungen. Die eine ist für Absätze zuständig, für Absatzformate und das andere war für die Schrift selber. Ich klicke jetzt mal auf diesen Teil. Damit ändert sich der Inhalt meiner Textoptionenpalette da oben. Schaut mal. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Und hier gibt es jetzt einen Bereich, da kann ich sozusagen auch neue Absatzformate festlegen. Das geht dann so. Ich gehe auf dieses kleine Zeichen hier und wähle den Befehl New Paragraph Style. Also neues Absatzformat. So, und jetzt kommt ein riesen Fenster. Zunächst einmal braucht das Absatzformat einen Namen und ich würde das Ganze mal Fließtext nennen, weil ich gerne ein Format machen möchte für den normalen Text. Der Text, der sozusagen den Hauptteil ausmacht. Ich mache sonst gar nichts hier. Ich stelle das Ganze mal auf Preview hier unten. Was ich jetzt mache, ist Basic Character Formats und da wähle ich jetzt die Schrift aus. Nehmen wir mal eine Schrift, die nicht so normal ist. Zum Beispiel die Roboto Slab. Ich sehe jetzt doch, wenn ich hier drauf klicke, Apply Style to Selection, sehe ich doch, wie das dann da aussieht. Basic Character Formats, Roboto Slab, Regular. Jetzt kann ich da nochmal gucken, welche Schnitte es noch gibt. Es gibt zum Beispiel auch Thin oder Light, also nicht mehr ganz so Thin. Und jetzt könnte man die Größe noch ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, das sollen 24 Punkt sein. Das ist jetzt alles, was ich an diesem Fenster einstelle. Die Schriftfamilie, der Schriftschnitt, auf Englisch von Style. Ich mache nochmal die Lupe da drauf. Und die Schriftgröße. Diese drei Dinge. Das ist alles, was wir in diesem Fenster hier, Basic Character Formats, grundlegende Zeichenformate einstellen. Jetzt kommt Advanced Character Formats. Schauen wir mal nach, was da einzustellen ist. Das können wir alles vergessen. Ist gar nicht wichtig. Jedenfalls nicht für den Normalfall. Wichtig ist jetzt nochmal die Language einzustellen. Das bedeutet, dass bei einer Rechtschreibprüfung das deutsche Dictionary genommen wird. Das heißt also, die Rechtschreibprüfung funktioniert dann, wenn ihr deutschen Text geschrieben habt. Jetzt kommen noch Indents and Spacing, Einzüge und Abstände. Das ist jetzt ganz wichtig. Weil hier kann man zum Beispiel auswählen, ob ein Text linksbündig ist oder Blocksatz. Dieses Left Justify bedeutet, dass es Blocksatz ist und die letzte Zeile ist linksbündig. Also Blocksatz ist klar. Geht von links nach rechts. Jede Zeile. Dazu wird der Text natürlich auch so ein bisschen gestauft und gedehnt. Je nachdem, damit das passt. Und es sieht eigentlich immer ganz gut aus bei Spaltentext. Und die letzte Zeile wäre dann linksbündig. Das ist auch die Standardvariante. Und das könnte man hier also einstellen. Das ist zunächst mal alles. Ich gehe jetzt auf OK. Und jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt hier einen Absatz umformatiert. Der hat jetzt... Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Jetzt kann ich also in jeden Absatz reinklicken. Man kann jetzt hier oben aus diesem Absatz-Formate-Menü, da oben habe ich das jetzt, kann ich jetzt meinen Fließtext auswählen. Und dann kann ich der Reihe nach jeden Absatz auf diese Weise umformatieren. Das Ganze geht auch ein bisschen schneller. Ich wähle einfach mit STRG A alles aus. Gehe wieder da oben rein. Fließtext. Und jetzt wird zuverlässig der ganze Text umformatiert. Und wenn ich das mit STRG A gemacht habe, betrifft das nicht nur den Text, den ich sehe, sondern es betrifft auch den Text, den ich nicht sehe, der also jetzt nicht in den Rahmen passt, der aber trotzdem da ist. Wenn ich nochmal STRG Y drücke und mein Texteditor-Fenster öffne, dann seht ihr auch, dass links immer Fließtext steht. Bei jedem Absatz, der da anfängt, steht also, welches Format gewählt wird. Und da steht immer Fließtext. Das heißt also, zuverlässig überall ist Fließtext das Absatzformat. So, für die Überschrift nehme ich ein anderes Format. Das habe ich da auch reingeklickt. Jetzt wähle ich hier nochmal oben. Gehe ich nochmal drauf und sage, ich hätte gerne einen weiteren New Paragraph Style. Und das nenne ich jetzt Überschrift. Ich nenne das immer Header, weil das schneller geht und cooler aussieht. Aber ihr könnt natürlich auch Überschrift nehmen. Und dann gehe ich auf Basic Character Formats. Ich nehme jetzt mal die ARIA Narrow. Und da sage ich, die soll fett sein, also bold. Dann sieht das Ganze so aus. Die mache ich auch ein bisschen größer. Und dann passt das auch. Und das wäre jetzt ein Überschriftenformat. Ich kann auch sagen, dass nach jeder Überschrift immer wieder ein anderes Format kommt. Nämlich zum Beispiel das Fließtextformat. Das wäre dann eine Erleichterung beim Schreiben. Wenn ich sage, ich schreibe jetzt gerade eine Überschrift. Und wenn ich dann Return drücke, dann geht der nächste Absatz los. Und dann ist das aber nicht mehr ein Überschriftenformat, sondern wieder ein normales Textformat. So, das soll erstmal alles sein. Dann, ich schaue mal, da habe ich schon German Inlets and Spacing. Ist auch Left Justified. Also InDesign merkt sich immer die Einstellung des letzten Formats, um die dann auch bei dem neuen anzuwenden. Insofern brauche ich jetzt hier nicht so viel zu machen. Und jetzt habe ich hier sozusagen noch ein Überschriftenformat. Ich habe also hier, wenn ich da reinklicke, seht ihr auch hier oben jetzt immer angezeigt Fließtext. Und hier seht ihr angezeigt das Überschriftenformat. So gehen Absatzformate. Jetzt könnt ihr Absatzformate auch ändern. Wenn ihr findet, dass diese Schrift doch nicht schön ist, dann geht ihr einfach hier oben wieder auf dieses Ding, dieses kleine Absatzsymbol. Und sagt, ich möchte gerne die Style Options bearbeiten, also die Formatoption. Und jetzt könnt ihr quasi nochmal sagen, was ihr jetzt lieber anders haben möchtet. Vielleicht die Schrift ändern. Jetzt bin ich allerdings gerade im Überschriften Absatzformat. Ich wollte eigentlich diesen Text ändern, weil der ist ja sehr viel dominanter. Den wollte ich jetzt gerne ändern. Style Options. Und da gehe ich jetzt eben doch auf eine andere Schrift, weil ich möchte jetzt doch lieber die Arial Narrow sehen. Und zwar auch die Regular. Gut, jetzt habe ich also Absatzformat festgelegt für Überschrift und Text. Und ich habe euch auch gezeigt, wie man das ändern kann. Ich komme jetzt noch zu einem anderen wichtigen Punkt und ich zeige euch mal, worum es geht. Es fehlt nämlich noch ein Detail in der Absatzformatierung. Ein wichtiger Teil und das ist die Zeilenhöhe. Und es ist nicht nur die Zeilenhöhe selber, die im Übrigen hier zu eng ist. Es ist auch die Frage der gleichen Zeilenhöhe in diesem Textrahmen. Ich habe jetzt hier zwei Textrahmen. Und in jedem guten Layout, wo es Spaltentext gibt, wollt ihr, dass der Text in beiden Textrahmen die gleiche Höhe hat. Damit meine ich jetzt nicht die gleiche Schrifthöhe, aber vor allen Dingen auch, dass der Text auf der gleichen Grundlinie läuft. Und das ist auch das Zauberwort. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, die Zeilenhöhe einheitlich für alle Textrahmen festzulegen. Und das machen wir mit dem Grundlinienraster. Dieses Grundlinienraster gibt es im Dokument und zwar genau eins pro Dokument. Also das ganze InDesign-Dokument hat genau ein Grundlinienraster. Das könnt ihr euch anzeigen lassen unter View, Grids & Guides, Baseline Grid, also Grundlinienraster. Show it. Und wenn ihr näher herangeht, dann seht ihr das auch. Es gibt ja so eine Darstellungsgrenze. Dieses Grundlinienraster wird hier hellblau dargestellt. Und das ist jetzt sehr eng, wie man sieht. Und das wird vor allen Dingen nicht benutzt. Ihr könnt jetzt euer Absatzformat so einstellen, dass die Schrift gezwungen wird, auf diesen Grundlinien zu laufen. Das machen wir jetzt so. Wir gehen wieder auf das Textwerkzeug. Und wir sind hier im Absatzformatbereich. Und ich gehe jetzt hier wieder auf Fleece Text. Das ist also ganz wichtig. Ich muss unbedingt im Fleece Text sein. Und jetzt kann ich hier draufklicken und sagen, ich möchte gerne nochmal die Style Options bearbeiten. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, das hatte ich eben kurz angesprochen, bei Indents & Spacing. Da gibt es noch einen Teil, den wir doch einstellen wollen. Und das ist der hier. Align to Grid. Am Raster ausrichten. Auf dem Grundlinienraster bitte laufen. Und zwar All Lines, also alle Zeilen. Und ihr seht schon, was parallel passiert. InDesign zwingt jetzt die Schrift auf diese Grundlinien. Und wenn ich mal das Pfeilwerkzeug nehme und so einen Textrahmen jetzt anklicke, den verschiebe, dann seht ihr, dass egal, wie ich jetzt den Rahmen schiebe und drehe, dass die Schrift immer rastermäßig auf diesen blauen Linien landet. Es ist bei diesem engeren Raster nicht jede Linie, sondern wir sehen, dass es jede dritte ist. Und das bedeutet natürlich, dass nicht der Text von jedem Rahmen auf der gleichen Grundlinien läuft. Das ist natürlich noch ein Manko. Also, was muss ich machen? Ich muss dieses Grundlinienraster weitmaschiger einstellen. Dummerweise stellt man jetzt das Grundlinienraster überhaupt nicht bei den Absatzformaten ein. Irgendwo. Das wäre praktisch. Ist aber nicht so. Das Raster stellt man nämlich bei den Voreinstellungen des Programms ein. Preferences. Vielleicht der Kurzbefehl Steuerung K oder Command K. Wenn ihr das öfters braucht, wie jetzt in diesem Fall, wo man das öfters mal aufrufen muss, kann man sich vielleicht den Kurzbefehl kurz merken. Und da gibt es einen Unterpunkt bei den Voreinstellungen. Übrigens bei Windows ist das unter Edit, Bearbeiten, dann da unten irgendwo mit den Voreinstellungen, Preferences, Grids. Da steht jetzt Start und Increment Every. Und wir haben eine Schriftgröße von 36 Punkt, glaube ich. Und jetzt wäre es schlau, also mindestens diese Schriftgröße hier auch einzustellen. Ich stelle jetzt mal hier 36 Punkt ein. Hier ist übrigens dieser View Threshold. Das heißt, die Darstellungsgröße meines Fensters, ab der ich dieses Raster sehe, kann das auch anders einstellen. Ich kann das auch immer sehen. Wenn ich es auf 12,5 sehe, dann kann ich viel weiter rauszoomen und sehe das Raster trotzdem noch. Das kann ich ja jetzt mal machen. Ich könnte jetzt noch sagen, dass das Raster bei 0 anfängt. Ich finde das immer ganz gut, erst mal damit anzufangen und nicht bei 36 Punkt. Warum soll das bei 36 Punkt anfangen? Es soll gefälligst oben am Seitenrand anfangen und dann 36 Punkt Abstand haben. Und da ich jetzt mein Absatzformat ja so eingestellt habe, dass die Schrift auf diesem Grundlinienraster laufen soll und dass ich das jetzt gerade grobmaschiger eingestellt habe, ändert sich jetzt auch sozusagen mein Schriftbild. Der Abstand der Grundlinien ist deutlich größer geworden. Jetzt kann die Schrift auf jeder Grundlinie laufen und das Ganze sieht recht luftig aus im Verhältnis zu eben. Und was ich jetzt mal mache, ich klicke also ganz klar außerhalb von meinem Textrahmen und drücke die Taste W. W wie Walter. Und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze ohne sichtbares Grundlinienraster aussieht. Also ich finde das jetzt ganz schön. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass der Zahlenabstand relativ groß ist. Wenn ihr ein Großbuchstaben in den Lehrbereich zwischen zwei Zeilen einbringen könnt, dann ist das ein guter Abstand. Also eher luftiger, als man zunächst mal denkt. Und dann sieht das immer ganz gut aus. Und jetzt, wie gesagt, ihr könnt den Rahmen jetzt verschieben, wie ihr wollt. Die Schrift ist immer auf der gleichen Höhe. Ein letztes. Und dann bin ich fertig mit meinem Thema Text. Text ist formatiert. Wir haben sozusagen zwei Ebenen des Ganzen. Wir haben die Absatzformatierung. Das habe ich gerade gezeigt. Die Absatzformatierung ist für ganze Texte zuständig. Also für Absätze, wie der Name schon sagt. Aber eben damit auch für mehr als einen Absatz. Und jetzt gibt es natürlich noch die Notwendigkeit, einzelne Wörter oder Zeichen. Also sozusagen eine Unterabteilung des Absatzes zu formatieren. Also nehmen wir mal an, dass ein Name, wie zum Beispiel das hier, dieser Name, das wäre jetzt ein Name und der soll eine andere Schrift bekommen. Und dazu nehme ich jetzt ein Zeichenformat. Kein Absatzformat. Dazu wechsle ich hier oben in meine Zeichenabteilung, also in die Charakterabteilung. Ich bin jetzt nicht mehr in Paragraph, sondern im Charakter-Bereich. Und da gibt es das Gleiche wie bei den Absätzen auch. Ist also wirklich genau so gegliedert. Ist ein bisschen kleiner vom Toolset. Jetzt sage ich auch hier, ich hätte gerne einen New Character Style, analog zum Paragraph Style. Und das nenne ich jetzt mal Zitat. Basic Character Formats. Wo nichts steht, wird das genommen, was im Absatzformat festgelegt ist. Und das Einzige, was geändert wird, ist jeweils das, was hier eingetragen ist. Ich möchte nur, dass die Schrift schräg gestellt wird. Das zweite ist die Farbe. Ich möchte gerne, dass es eine Farbe bekommt. Und dazu nehme ich jetzt mal ein Rot und sage OK. Wenn ich jetzt das Wort markiere und dieses neue Zeichenformat zuweisen möchte, gehe ich hier oben auf dieses Feld drauf und wähle das aus. Zitat. Und dann wird meine Schrift schräg gestellt und rot markiert. Das ist ein Zeichenformat. Zeichenformat ist eine Teilmenge des Absatzformates. Ich kann jetzt also einzelne Zeichen oder Wörter auf diese Weise markieren, innerhalb eines Absatzformates. Wenn ich mal bei meinem Absatzformat nachschaue, dann sehe ich, dass da immer noch Fließtext angezeigt wird, obwohl ich hier eine, sagen wir mal, Fremdformatierung drin habe, nämlich durch das Zeichenformat. Allerdings zeigt InDesign mir das nicht als Störung an. Wenn ich jetzt Teile dieser Schrift in einem Absatz händisch umformatiere, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte da gerne die Schrift American Typewriter haben, und ich gehe dann wieder auf mein Absatzformat, dann zeigt mir in diesem Teil InDesign an, dass es irgendeine Abweichung gibt von meinem Absatzformat. Ich sehe hier Fließtext Plus. Und das bedeutet, ich habe sozusagen einen Fremdkörper in meinem Absatzformat. Ein Fremdkörper, der irgendwie aus Unsauberkeit entstanden ist, in dem irgendjemand, entweder ich oder jemand anders, in meinem Text rumformatiert hat und nicht ein gültiges Zeichenformat benutzt hat. Und da gibt es einen Befehl, mit der rechten Maustaste zu erreichen, alle Abweichungen löschen. Der bedeutet, dass ihr alle Fremdenformatierungen aus eurem Absatz wieder herausschmeißt. Und was ihr seht, die Zeichenformatierung, die also über das gültige InDesign-Zeichenformat erfolgt ist, die ist davon nicht betroffen, sondern nur das, was ich quasi händisch gemacht habe. So, noch ein Hinweis. Ich kann euch sagen, ich werde nicht gesponsert von Creative Fabrica. Creative Fabrica ist ein Fonthaus aus Amsterdam. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, es lohnt sich, sich mit modernen Schriften zu beschäftigen. Es gibt immer wieder superschöne neue Schriften, die auf dem Markt erscheinen, die von Typografen gemacht werden. Es ist wie in der Architektur und in der Gestaltung generell. Es gibt Gestalter, die sowas machen. Die verdienen damit ihr Geld. Die lassen sich immer was Neues einfallen. Es lohnt sich, da nachzuschauen, wenn ihr mal was Eigenes braucht. Das betrifft jetzt nicht unbedingt normale Texte für, sagen wir mal, eine Bewerbung oder nicht unbedingt. Aber es kann ja mal sein, dass ihr wirklich was Besonderes braucht, was nicht jeder bisher benutzt hat. Diese Schriften sind wirklich nicht mehr teuer. Das war früher ganz anders. Da musste man 400 Euro bezahlen für eine Schriftfamilie. Heutzutage kann man das deutlich günstiger haben. Man kann sowas auch abonnieren und dann gibt es immer Angebote. Es gibt auch ganz viel geschenkte Schriften von Creative Fabrica. Es gibt auch andere Fonthäuser natürlich. Kann man mal gucken. Die Niederländer sind da sehr stark unterwegs. Also es gibt hier zum Beispiel die Möglichkeit, nach Sanssérif und Serif und so weiter zu sortieren. Wenn ich hier auf eine Schrift mal draufklicke, dann seht ihr gleich, wie das dann so aussieht, das Schriftbild. Und man kann auch was schreiben, wie zum Beispiel seinen eigenen Namen. Weil nehmen wir mal an, dass der besonders gut aussehen sollte in dieser Schrift. Dann kann man sich das mal angucken. Es gibt auch immer so ein paar Sachen, die so ein bisschen kritischer sind, wie zum Beispiel Zahlen. Sieht dann eine 3 zum Beispiel gut aus in der Schrift. Also nur so für den Fall, dass ihr mal wirklich was Eigenes braucht. Denn eins ist klar, wenn ihr euch bewerben wollt, dass ihr dann mit einer guten Schriftgestaltung und einem guten Layout immer gewinnen könnt. Und dazu gehört halt auch gute Schrift. Auch Schrift, die vielleicht nicht so aussieht, wie das, was man schon seit 100 Jahren kennt. In diesem Sinne, Text in InDesign, das war's. Ja. Die sind in der Schrift. Die war's. Nurda. == Schrift.